Auf der Karte ist ein Punkt am See markiert und ein weiterer tiefer im Wald. Wett. Was ist das denn? Ah, dafür brauchen wir die sechs Teile. Um Jott zu nehmen. Ah, da brauchen wir noch einen für. Okay. Da waren wir schon. Da ist Hinweise, nochmal gucken. So, ähm. Er muss ein Versteck vor der Stadt haben. Könnte dieses Versteck sein? Ein Bootshaus am See? Das Versteck des Predigers? Auf der Karte aus der Kirche ist neben dem See ein Punkt markiert. Der Pfad müsste in der Nähe des menschenförmigen Felsens sein. So, ähm. So, dann gucken wir mal. Ähm. Dann wissen wir jetzt wohl lang gehen müssen, ne? Oder? Erst links. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich hab mich vollkommen. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich hab mich vollkommen. Nichts. Aha. Tatsache. So. Was haben wir hier? Ein Baum. Nichts da. Hier auch nicht. Okay. Ein See. Das Haus am See. Wahrscheinlich vom Prediger. Am anderen Ufer des Sees fühlt ein Pfad in den Wald. Im Wald. Ist mir immer kalt. Zoom. Bett. Ich könnte Schlösser knacken. Achso. Werkzeug rausgesetzt. Hier. Bett. Anweisungen. Für den passenden Dietrich, für die Schlösser. Hebe die Kippen an, während die Sicht der Dietrich bewegt. Krasse Technik. Mhm. Gleich. Oh Gott. Ernsthaft? Ich war doch genau da. Woher kann die das alles, die Frau? Multitaskingfähig. So. Jetzt haben wir die Tür offen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ins Bootshaus. Ah ja. Da sollte ich vielleicht doch nochmal das Bild mal angucken. 6 0 9 1 3. 6 0 9 1 3 war der Code. 6 0. Oh nein. 6 0. 6 0. 9 1 3. Was ist denn daneben? Oh. Ernsthaft? Schädelteile. Drei Stück muss man finden. Und ein neues Wimbelbild. Und ein neues Wimbelbild. Juhu. Bootsmotor. Mh. Barometer. Hapune. Hapune. Hapuna. Hapuna Matata. Ähm. Bootsmotor ist hier. Schwimmer. Ein Schwimmer. Ein Eimer. Eimer. Eimer ist hier. Farbe. Schon wieder Farbe hier. Stiefel. Stiefel. Hier oben war das Thermometer hinter meinem Kopf. Stiefel ist hier. Voll aus Skyrim mit dem Dietrich. Keine Ahnung. Weiß nicht. Hab ich nie gespielt. Schwimmer. Was ist denn bitte ein Schwimmer? Taschenlampe ist hier. Hapune. Wo ist Hapune? Okay. Sag ich mal nichts dazu. Barometer. Da oben. Aber der Schwimmer. Was ist denn ein Schwimmer? Ich muss jetzt so sagen, ich bin kein großer Angler oder so. Ah, da oben war der Schwimmer. Gefunden. Ein Eimer. Juhu. Damit können wir wahrscheinlich den Kornangler holen. Ich wette nicht mit. Wir haben Paddel gefunden. Was ist ein Schwimmer? Gehört das nicht zu einem Angel? Ja. Was denn? Wir haben Gramm nach zu urteilen. Dann wird da ein Harz geschmolzen. Achso. Achso. Ich sollte das erstmal anzünden, ne? Diese Animation ist ein Traum. Boah. Da kann sich mal so ein Ubisoft-Spiel in Scheibe von abschneiden. So. Wir müssen irgendwie Harz hier... Aber Harz? Harz? Ne. Boah, wovon Sachen wir im Inventar haben. Das ist ja dann faszinierend. Sonst haben wir immer nur so drei Teile und sofort weg benutzt. Ne? Aber wir haben jetzt gar nichts. Okay. Einschluss. Haben wir nicht wieder... Wo hat sie die Dietrich jetzt? Sie hat noch so viel übrig gehabt. Sie hat ernsthaft jetzt die Dietrich weggeschmissen? Ich glaub's nicht. Die ist ja... Oh Gott. Die ist so durch die Frau. So. Mit dem Eimer. Vermute ich mal, dass wir damit auch den Korken holen können. Endlich mal. Seit langer Zeit. Ich versuch mal den Korken zu holen mit dem Eimer. Vielleicht geht das hier. Erstmal Wasser. Wasser holen. Kann ich hier noch Wasser? Wasser holen. Eimer mit Wasser. So. Ab in den Keller. Dann probieren wir mal aus. Geht das? Ja, das geht. So. Da haben wir schon mal den Korken. Jetzt frage ich mich natürlich, wofür ist der Korken? Hier haben wir jetzt, glaub ich... Oh nee, ein neues... Ein neues Wimmelbild. Yeah. Gießkanne, Pumpe, Pipette, Puppe, Telefon, Mikrofon, Telefon, Mikrofon, Kamin-Schaufel, Mausefalle. Was ist die Mausefalle? Der Fliegenklatsche ist hier oben. Den weiß ich. Da bin ich schon gesehen. So. Mausefalle. Die hab ich ja vorhin auch schon gesehen gehabt hier bei dem Bild. Ich weiß nicht mal, wo die war. Gießkanne ist hier. Eine Puppe ist... Da. Da war auch die Pumpe. Die Künfette ist hier am liegen. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle. Liebten in Paris. Oh Gott, voll ein Ohrwurm. Möchte ich jetzt gerade davon. Mikrofon, 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 Mikrofon ist hier. Da oben ist auch die Mausefalle gewesen, hinter meinem grandiosen Gesichtsausdruck. So, Telefon. Wo ist das Telefon? Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie rum. Schweigt das Telefon. Wo ist denn das Telefon? Ach, da. Eine Kaminschaufel brauchen wir noch. Die ist hier. Ja. Mausefalle hinter der Camp. Ja. Genau. Der wird ja mal blasser hier. Und wabert hier so ein komischer Nebel. Hat der gefurzt? So, was haben wir denn alles? Alter, was wir alles haben. Um Gottes Willen. Ach du heiliger Strohsack. So, dann gucken wir mal. Hier ist nix mehr zum Wimmeln. Ist hier noch irgendwas zum Wimmeln? Nein. Hier liegen nur die Leichnung oben. Das Auto ist auch durch. Da im Turm war man schon. An der Tankstelle. Irgendwie Benzin abzapft. Hab ich vorhin im Chat gelesen. No. Wir können hier nix machen. Wir können nur hier nochmal die Prospekte lesen. An die Tür gehen. Aber hier. No. So. Was geht erstmal wieder? Was ist unter die Kirche? Ja. So. Können wir mal gucken. In die Kirche. So. Jetzt haben wir hier. Das Gesicht. Das tut man da rein. Und dann jetzt. Hier brauchen wir das Herz. War ja kein Herz. Das ist ja ein. Ein. Wie ist das? Mal Glocken. Eumel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott. Was ist das denn hier alles? Was? So. Kisten sieht stabil aus. Dann machst du auch mit dem Schraubenzieher. Warum kannst du nicht mit dem Schraubenzieher es aufmachen? Das ist nicht wahr. Was ist das denn? Erdnüsse? Harz. Ah Harz. Da kann man schminzen lassen. Ein ominöser Vorhang. Von dem verstehe ich bei dem Spiel nicht. Manchmal kommt Musik. Manchmal kommt keine Musik. Es ist von sich selbst sehr eingenommen. Sieht so aus. Ein Gemälde eines Ritualmordes. Ähm Mordes. Da sagt etwas aus dem. Da ragt etwas aus dem Gemälde raus. Äh. Was? Wo denn? Sieht genauso aus wie der Dolch, den der Mann im Zimmer gestohlen hat. Das ist der Prediger. Doch. Der Schatten hinter ihm. Oh mein Gott. Oh. Ah ja. Neue Schlussfolgerung. Uh. Ja. Juppi. So. Warte mal. Wo war das mit dem? Hier. Mit dem Harz ist es hier gewesen. Ne. Ach ne. Es war im Bootshaus. Ne. Oh Gott. Kann ich jetzt? Muss ich jetzt wieder den Weg gehen? So links? Ach ne. Wir kommen direkt zum Bootshaus. Oh Gott sei Dank. Ich dachte wir müssen uns immer wieder... So. Dann wollen wir mal das Harz schmilzen lassen. Warte. Hauptsache die Kerze brennt noch. So. Und jetzt müssen wir jetzt besuchen. So. Ich brauche etwas um die Flüssigkeit im Harz zu transportieren. Eine Beglette. Hm. Wasserfestes Harz. Sehr schön. Harz. Kennst du wahrscheinlich. Harz. So. Kann ich hier vielleicht Harz benutzen? Nein. Korn. Nein. Schauen wir uns ja. Nein. Säge. Nein. Doch. Ernsthaft. Ein Boot zum Flüchten. Harz zum Abdichten. Nee. Hä? Hm. Leckschlag. Und voller Wasser. Ich musste erst den Leck abdichten. Ja, aber mit dem Korken. Das funktioniert. Ich will wieder etwas anderes. Mann. Ja, aber der Korken wäre doch ideal für das Loch, oder nicht? Damit kann man schon abhauen dann, wenn wir fertig sind damit. Mit Harz. Mit Harz. Kriegt man immer schön in den Monat. Harz. Ähm. So. Ich würde sagen, wir machen an dieser idyllischen, äh, an diesem idyllischen, äh, an diesem idyllischen Boothaus-Blick, mehr Blick, würde ich sagen, machen wir hier eine Folgenpause und Senus in einer, waaaaaah, atemberaubenden, huch, entschuldigt bitte, atemberaubenden, spannenden Folge, äh, Enigmatis, The Ghost of Marbles Creek dann wieder und, äh, ich würde mich freuen, wenn dann der nächste Folge wieder einschaltet und bin dann jetzt erstmal raus und, ja, bis dann Tschüss.